Ich muss meinen Körper wirklich beherrschen, weiter weg von dem Gerät. Das ist noch anstrengender, als wenn ich jetzt quasi da hinten bin. One, two, ich darf nicht bewegen. Oder ich kann das easy machen, oder ich kann spielen mit den Dingen, dass ich tatsächlich so mich, ich versuche mich ja quasi meinen Körper zu ärgern, aber wenn ich mich wirklich anspann, dann sieht man nicht, dann kann ich trotzdem trainieren. Okay, so musst du hier stehen, sieht besser aus, okay, push, nach vorne. Siehst du, die kämpfen schon, let's go, push. Immer wieder. Seht ihr das, was da passiert? Das kommt von hier. Die hat Kraft, aber hier schläft. Ja, let's go, push. Push. Und wenn einer mir erzählt irgendwas von Balance und Gleichgewicht und Stabilität, das Kraft gibt es dir nicht im Alter. Die machen nichts, hier auch nichts machen. Okay, jetzt roll-up, nicht meine Hand berühren, nicht meine Hand berühren. Let's go, nicht berühren. Push. Stop, okay? So. Das war.